Die Polizeioberkommissare Martin Fuchs und Dennis Mann führt jetzt ein vermeintlich alltäglicher Verkehrsunfall auf die Spur eines unglaublichen Verbrechens. Sie sind die Frau Reet, Sie haben uns gerufen. Was ist denn passiert? Ich wollte mit meinem Fahrrad hier rein, weil hier ist mein Laden. Und der Transporter hat mir die Sicht versperrt. Der junge Mann ist geradeaus nach hinten rausgefahren und hat mich sozusagen gestreift. Brauen Sie einen Arzt, sind Sie verletzt? Eigentlich nicht, ich habe nur eine Schramme. Das heißt, Sie sind aus dieser Richtung gekommen und Sie wollten dann also rückwärts einparken? Das habe ich richtig verstanden. Der weiße Transporter, der da steht, der steht halt sehr weit auf der Straße. Deswegen gerade die Einrichtung natürlich hier relativ schlecht. Und ich denke mir mal, dieser Transporter, irgendwas ist da faul. Ja gut, wir gucken uns das jetzt erstmal in aller Ruhe an. Sie sind sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen? Nein, 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 alles gut. Ja, und dann kommen Sie mal ein bisschen von der Straße runter, sonst liegen Sie nämlich auch noch flach. Das ist Ihr Fahrrad? Ja, das ist mein Fahrrad raus. Ich meine, auch wenn da jetzt der Trampoche auf der Straße steht, Sie sind schon in der Pflicht, wenn Sie rausfahren, dass Sie dann... Ja, ich bin auch sehr langsam gefahren, so, aber es ist halt wirklich... Ja gut, aber sehr langsam fahren, das hat trotzdem geballert, ne? Ja. Während sich Dennis Mann den Unfallhergang schildern lässt und Martin Fuchs die Personalien überprüft, nimmt der Fall plötzlich eine ungeahnte Wende. Brauchen wir bei Ihnen noch was? Nee, nee, gar nichts. Herr Bayer, dann sind Sie von uns entlassen, ist dann mal Versicherung und Personalien haben wir ausgetauscht. Einmal? Lassen Sie den Schaden einmal begutachten und dann... Das darf ich Ihnen nochmal geben? Werden sich die Versicherung wahrscheinlich auseinandersetzen. Gut, vielen Dank. So, jetzt erklären Sie mir das bitte auch nochmal hier mit dem Wagen. Also, mir ist aufgefallen, dass die Tür offen ist vom Transporter, normalerweise kommt einmal in der Woche der Geldtransport, um mir Geld abzuspüren. Ja. Dieser hier. Ja, aber heute ist nicht der Tag. Okay. Komm meistens immer Donnerstag. Aber das wäre auch der Wagen, der normalerweise immer kommt, oder was? Normalerweise, ja. Oh, guck mal. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Das ist doch kein Geldtransporter. Guck mal, wie viel das ungefähr ist. Ich mach direkt eine Abfrage von den Wagen. Mehrere Tausend Euro. Das sind grob geschätzt müssen 10, 15, 20 Tausend Euro. Okay. Nimm das mal an, wenn die Tür offen ist. Das ist nämlich nicht so wirklich treckeln. Echt so. Lass mich mal gerade durch. Muss man eine Abfrage von dem Wagen machen. Das Problem ist nur Prümer-Sigurität. Ich bekomme Fragen. Das ist nicht der Wagen, der Sie sonst immer haben. Nein, der Name. An diesem Tag sollte laut Angaben der Einzelhändlerin auch gar kein Bargeld abgeholt werden. In der Boutique erhärtet sich der Verdacht, dass hier etwas nicht stimmt. Guten Tag. Ich auch nicht. Was machen Sie da? Ich muss Ihnen das Geld abholen. Sie müssen das Geld abholen. Das ist der Lieferwagen da draußen. Das kann aber nicht sein. Okay, kommen Sie einmal rum, bitte. Kommen Sie einmal rum. Also normalerweise, wenn Sie Geld abholen, gehen Sie doch nicht selbstständig an die Kasse dran, oder? Nein, die Mitarbeiterin hier, die sagte vorhin, sie müsste nochmal eben weg. Hat die Kasse vorher extra nochmal aufgelassen. Ich weiß nicht, ob es Ihre Tochter war. Also hier war halt gerade eben eine junge Dame. Wäre Ihre Tochter normalerweise. Das wäre eigentlich zuverlässig. Kommen Sie einmal zu mir, bitte. Kommen Sie einmal zu mir, stellen Sie sich aber bitte mal hier vor. Kommen Sie zu mir auf die Seite. Das war mal eben, wie gesagt, eine junge Dame und die sagte eben halt, dass ich da eben kurz das Geld noch eben direkt aus der Kasse ursache, weil sie eben ganz schnell weg muss. Ich kenne die gar nicht. Hören Sie zu, bevor Sie jetzt hier groß weitererzählen, ich bräuchte mal von Ihnen bitte den Ausweis. Ja, na klar. Ja, Ihre Waffe ist nicht gesichert, aber das sieht mir auch nicht so wirklich aus, als wenn mit der Waffe da alles in Ordnung ist. Nehmen Sie mal einen Arm hoch, bitte. Ja, na klar. Siehst du das hier? Das ist eine Plastik, oder? Die ist von einer Firma. Von Ihrer Firma, darf ich sie mal rausnehmen? Ja, na klar. Das ist doch Plastik. Das ist doch Plastikwaffe. Ja, das ist, ne, ich meine, im Sicherheitsgeschäft läuft es aktuell nicht mehr so super. Und dann kommst du mit der Plastikwaffe, wenn Sie Geldtransporte fahren? Ja. Wem wollen Sie das denn jetzt erzählen? Ich frage mal Ihren Personalausweis her, Herr Wenzel. Ja, aber na klar. Weil das nehme ich Ihnen jetzt nicht so wirklich ab. Ja, ich bin auch nur zur Vertretung hier. Also der Kollege, der ist... Mit einer Plastikwaffe. Die Seitentür ist offen, eine Geldtüte liegt da einfach rum mit mehreren Tausend Euro. Weder eine verschlossene Sache da drin, also das heißt kein Safe oder sonst irgendwas. Ja, den kommen wir nicht mit dir bei. Nein, hier sind Sie ganz alleine und normalerweise gehen nicht Sie als Sicherheitsunternehmen hin, machen die Kasse leer und packen dann in den Geldkoffer, sondern das wird Ihnen übergeben mit einer Quittierung. Ja, aber die Mitarbeiterin muss so schnell weg. Nein, die Mitarbeiterin, die nehme ich ja nicht so ab. Ich mache eine Abfrage bei Ihnen. Während die Ladenbesitzerin das Handy ihrer Tochter auf dem Boden findet, erfährt Martin Fuchs von den Kollegen der Leitstelle, dass der Verdächtige mit falschen Karten spielt. Ja, Herr Wenzel, jetzt kommen Sie dran. Ja, ich kann mir das Ganze einfach nicht erklären. Ja, ich kann Ihnen das schon erklären. Also wie gesagt, der Lieferwagen ist auf Sie zugelassen, Herr Wenzel. Sie sind der Halter dieses Fahrzeugs. Das heißt, Sie wissen, was mit Ihrem Wagen ist, weil der steht jetzt auch noch draußen vor der Türe. Sie haben einen sehr, sehr hohen Geldbetrag darin versteckt, waren anscheinend nur zu doof, die Türe richtig zuzumachen. Jetzt stehen Sie hier, räumen die Kasse aus und wollen das Geld dann auch noch mitnehmen. Das heißt, der Verdacht eines Diebstahls-Raubes bzw. auch eines Betrugsdeliktes, der steht jetzt hier natürlich ganz schwer im Raum. Ja gut, aber das ist ja alles jetzt auch nur ein Verdacht, ne? Ja, aber der Verdacht, der kann sich jetzt ganz schnell erhärten. Ich möchte Sie mal bitten, kurz aufzustehen, weil ich Sie jetzt mal durchsuchen möchte, ob Sie noch irgendwelche anderen Sachen am Mann haben. Haben Sie gefährliche Gegenstände am Mann? Nein, gar nicht. Können Sie mir bitte sagen, wo meine Tochter steht? Ich weiß es nicht. Sie müssen es doch wissen, das Handy lag doch hier. Wo ist meine Tochter? Einmal umdrehen. Können Sie irgendwas sagen, wo die Dame ist? Ich möchte es gerne wissen, meine Tochter geht nicht einfach so weg. Gewaltdelikte dazu kommen, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Und was haben Sie hier drin? Das ist nur mein Mobiltelefon. Das Mobiltelefon? Ja. Okay, Sie sind ja auch mit Sicherheit nicht alleine gefahren. Nein, das ist korrekt, ich habe noch einen Kollegen gehabt. Wo ist der denn? Soweit ich weiß, ist der gerade eben mit rausgegangen. Also ich weiß es von gar nichts. Sie liegt da, meine Tochter ist weg. Die ist nicht einfach so spurlos weg. Die lässt nicht die Kasse. Gibt es denn hier noch irgendwie... Stopp! Hey, ganz ruhig, ganz ruhig! Die Waffe runter, die Waffe runter! Leg die Waffe runter, aber ganz schnell, mein Freund! Hast du sie, hast du sie? Scheiße! Arme aus dem Rücken. Ohne Plastikwaffe. Ohne Plastikwaffe. Dass es sich nur um eine Attrappe handelt, konnte die junge Frau nicht wissen. Die Tochter der Boutique-Besitzerin steht nach diesem Erlebnis völlig unter Schock. Frau Ried, können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich war hier im Laden und dann kamen die einfach rein und sagten, die würden irgendwie das Geld abholen. Aber ich wusste ja ganz genau, dass die heute nicht kommen. Weil meine Mutter hundertprozentig gesagt hat, dass die morgen erst kommen. Und dann wollte ich halt direkt die Polizei anrufen, haben sie mir das Handy aus der Hand geschlagen und mich einfach weggeholt. Weggeholt bedeutet, der hat sie dann genommen und in die Kamera reingepackt, ne? Ja, klar. War Ihnen bewusst, dass das eine Plastikwaffe war? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Okay, Freunde. Ich bin wirklich ehrlich in dem Moment. Sie beide brauchen sich jetzt so den Sachverhalt nicht mehr äußern. Sie sind jetzt beschuldigt im Strafverfahren. Ihnen wird jetzt erstmal von uns zur Last gelegt. Einmal die Freiheitsberaubung der jungen Dame, dann gegebenenfalls der Betrug. Ja, was habt ihr euch dabei gedacht? Ganz ehrlich? Ja, okay. Zweites Mittel. Ja, klar, das mache ich jetzt. Dann nehmen wir die Paxen, ob die Sie bleiben stehen. Die Männer müssen sich wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung verantworten. Sie erwarten lange Haftstrafen.